So, heute geht es bei uns um Rucksackprobleme. Das Rucksackproblem, ein bekanntes, schweres Problem in der Informatik und damit auch eines, was sehr gut in unsere Thematik zur NP-Vollständigkeit passt, wie wir gleich sehen werden. Dazu kommt noch ein anderes verwandtes Problem, das Teilmengensummenproblem, was ein bisschen ähnlich zum Rucksackproblem ist, aber ein kleines bisschen anders. Das werde ich auch besprechen hier. Willkommen also zurück. Mein Name ist Markus Krütsch. Dies sind die Videos zum Thema Theoretische Informatik und Logik im Online-Kurs der TU Dresden. Wir hatten beim letzten Mal ja schon über NP-Vollständigkeit gesprochen, erklärt, was das ist und auch schon ein paar Probleme kennengelernt und näher betrachtet, auf die sie zutrifft. Angefangen natürlich vom bekannten NP-Vollständigen-Problem SAT, das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik. Dazu hatte ich nicht einmal mehr gezeigt, dass das ein NP-Vollständiges Problem ist, weil wir das schon mal in einem früheren Video im Detail besprochen hatten und insofern als bekannt voraussetzen können. Wir hatten dann aber gesehen, dass nicht alle NP-Vollständigkeitsbeweise so kompliziert sein müssen wie der für SAT, bei dem wir eine Turing-Maschine in Logik konstruiert haben und ziemlich viele Schritte benötigt haben, weil man ja die Technik der polynomiellen Reduktion verwenden kann. Das heißt, man kann die Schwierigkeit oder die Schwere eines anderen Problems dadurch feststellen, dass man ein als schwer bekanntes Problem mit einfachen Mitteln darauf reduziert. Das haben wir gemacht von SAT nach CLICK und von CLICK ganz leicht nach unabhängige Menge. Das sind also schon drei Probleme, die wir bisher gesehen haben. Alle diese drei Probleme sind Probleme diskreter Natur im gewissen Sinne. Wir haben also mit Logik zu tun, wir haben mit Graphen zu tun und in diesem Video wollen wir jetzt erstmals Probleme sehen, die auch mit Zahlen zu tun haben, wo es also auch um Quantitäten geht und wir trotzdem wieder so eine ähnliche Komplexität feststellen können. Das erste Problem, was ich dabei betrachten möchte, ist das Problem der sogenannten Teilmengensumme im Englischen Subset Sum. Dabei betrachten wir eine Menge von Gegenständen S und die Gegenstände haben die Bezeichner A1 bis AN und gehen davon aus, dass jedem dieser Gegenstände AI ein Wert V von AI zugeordnet ist. Das ist also eine Zahl, ein Zahlenwert. Und außer diesen Gegenständen und deren Werten ist auch gegeben eine gewünschte Zahl Z. Und die Frage, die wir jetzt stellen, ist, gibt es eine Teilmenge von S, so das gilt, die Summe der Werte, der Gegenstände in dieser Teilmenge ergibt genau den Zielwert Z. Also, vereinfacht gesprochen, Teilmengensumme-Problem, Sie sind irgendwo auf Reisen in einem weit entfernten Land, haben Währung, die Sie hier nicht nutzen können, als Bargeld in der Tasche und möchten gerne all Ihr Geld noch ausgeben. Und jetzt ist die Frage, welche Gegenstände können Sie davon kaufen, sodass Sie genau das Geld, was Sie noch übrig haben, dabei verbrauchen und nichts mit zurücknehmen müssen. Also, Sie sehen, ein sehr praktisches Problem, was man regelmäßig hat. Und das ist tatsächlich sehr kompliziert. Sie könnten jetzt also sagen, Sie haben eine große Menge an Gegenständen zur Auswahl in verschiedenen Shops, die Ihnen die anbieten. Und müssen jetzt also eine Kombination, eine Teilmenge dieser Gegenstände ermitteln, die genau auf die richtige Summe, auf den richtigen Gesamtwert kommt. Ja, gut, das wollen wir also versuchen zu lösen. Die Frage ist, gibt es eine Lösung überhaupt? Das ist das Entscheidungsproblem. Natürlich würde man auch in der Praxis daran interessiert sein, wie die Lösung aussieht. Aber Sie wissen, wenn wir über Komplexitäten sprechen, dann vereinfachen wir die Probleme immer so, dass wir eine Ja-Nein-Frage stellen, damit eine Turing-Maschine die mit Akzeptanz oder Vorwerfen direkt entscheiden kann. Okay, das ist also das Problem der Teilmengensumme. Und Sie ahnen es, ja, dieses Problem ist NP-vollständig. Deshalb kommt es hier in diesem Teil der Vorlesung vor. Das wollen wir jetzt gerne zeigen, die NP-Vollständigkeit. Und das können Sie sich jetzt schon ein bisschen überlegen. Fühlt sich das Problem für Sie NP-vollständig an? Also wenn Sie so diese Definition sehen, sieht das aus wie ein Problem, was durchaus NP-vollständig sein könnte, was gut in diese Beschreibung passt. Dabei wissen Sie, es geht um zwei Eigenschaften bei NP-Vollständigkeit. Die eine ist, dass das Problem in NP gelöst werden kann. Also Sie können mit einem nicht-deterministischen Algorithmus Sie effizient eine Lösung finden. Beziehungsweise Sie können auch mit einem polynomiellen Verifikator leicht eine gegebene Lösung nachprüfen. Und das zweite ist dann die Schwere, bei der wir zeigen wollen, dass das Problem tatsächlich schwer ist für NP und nicht einfach nur in NP liegt. Okay. Und zumindest die eine Richtung ist das im Wesentlichen, was wir schon mal genannt hatten. Ja, ich hatte das Problem ja im vorherigen Video schon mal angesprochen. Nämlich, dass es in NP liegt. Diese Richtung ist einfach zu sehen. Ja, die Teilmenge T dieser Gegenstände ist schon das Zertifikat. Das ist die Lösung, die Sie leicht und in polynomialer Zeit prüfen können. Ja, wenn ich Ihnen sage, welche Gegenstände man kaufen könnte, dann müssen Sie lediglich noch die Summe bilden, um zu verifizieren, dass diese Lösung wirklich funktioniert. Das geht in polynomialer Zeit. Das heißt, eine so gegebene Lösung lässt sich leicht überprüfen. Okay, damit haben wir schon etabliert, das Problem ist in NP. Es könnte jetzt trotzdem noch in polynomialer Zeit möglich sein, diese Gegenstände zu finden. Aber wir wissen zumindest, es ist in NP auch gelegen. Also es ist die obere Schranke für die Komplexität. Jetzt brauchen wir eine entsprechende untere Schranke, also die schwere, die zeigen soll, dass es höchstwahrscheinlich nicht leichter ist als NP. Oder mit Sicherheit nicht leichter ist als NP. Natürlich könnte es immer noch sein, dass NP selbst eine leichte Klasse ist. In dem Sinne, dass es mit P zum Beispiel zusammenfällt. Solche grundsätzlichen Fragen wollen wir hier nicht klären. Aber wir wollen zeigen, zumindest unter der Annahme, dass NP nicht leicht zu lösen ist, ist auch dieses Problem hier nicht leicht zu lösen. Und um das zu zeigen, werden wir wieder die Technik der Reduktion anwenden. Und wir müssen ein geeignetes Problem finden, von dem wir reduzieren. Wir haben jetzt drei Stück zur Verfügung, die ich schon genannt habe. Das hat Klick und unabhängige Menge. Und es stellt sich heraus, natürlich ist es nicht offensichtlich, was man jetzt tun kann. Welches davon eignet sich gut, um eine Reduktion zu finden? Wir werden satt verwenden. Grundsätzlich, da diese Probleme alle NP-schwer sind, können sie auch alle aufeinander reduziert werden. Oder da sie in NP liegen und NP-schwer sind, also NP-vollständig, können sie alle aufeinander reduziert werden. Das heißt, es ist möglich, hier von jedem beliebigen NP-vollständigen Problem eine Reduktion zu finden. Aber es ist natürlich nicht immer mit dem gleichen Aufwand verbunden. Je nachdem, wie weit entfernt das Problem ist, von dem wir ausgehen, von dem, wo wir hinwollen, muss man entweder mehr oder weniger Arbeit investieren. Das haben wir gesehen bei Klick und unabhängige Menge. Da war die Reduktion ganz einfach. Man hat einfach den Graphen komplementiert, Sie erinnern sich. Das war also sehr einfach. Wir hätten auch natürlich unabhängige Menge direkt von satt her dahin reduzieren können. Dann hätten wir ein Argument benötigt, was wieder so ähnlich ist wie das, was wir für Klick verwendet hätten. Das wäre auch möglich gewesen, aber wäre ein bisschen mehr Arbeit. Hier in dem Fall müssen wir sagen, naja, Teilmengensumme mit den Zahlen, die da involviert sind und den Gegenständen ist an sich ein anderes Problem als diejenigen, die wir bisher gesehen haben. Also keines der Probleme ist so richtig nah dran. Und ja, satt ist, wie wir sehen werden, ganz gut praktisch umsetzbar als Ausgangspunkt, aber ist trotzdem ein bisschen Arbeit, da hinzukommen. Ist aber auch interessant zu sehen, wie sowas funktioniert mit Zahlen. Deshalb wollen wir es hier machen. Okay, also wir gehen aus von satt. Hier kommt ein Beispiel. Ich werde das Ganze erklären an einem laufenden Beispiel, das Sie hier oben sehen. Das ist eine Formel, propositional logische Formel mit Propositionen p1, p2, p3. Hier kommt noch ein p4 und ein p5 vor. Manchmal sind sie positiv, manchmal negiert. Und Sie sehen schon, das hier ist eine Klauselform. Das ist also eine besondere Form von propositionaler Formel. Die ist schon vereinfacht, also disjunktive, konjunktive, Normalform, pardon. Also Sie haben hier Disjunktionen in den Klammern und eine große Konjunktion über verschiedene solche Disjunktionen. Und die Disjunktionen selbst enthalten nur Atome und negierte Atome. Also das, was wir als literal bezeichnet haben. Okay, also eine einfache Formel. Und es ist gut, wenn man eine Reduktion macht, wenn man sich so eine einfache Form zurechtlegt. Denn dann muss man nicht so viele Fälle erklären. Und was Sie hier sehen, ist eine tabellarische Darstellung von bestimmten Gegenständen und Gewichten. Die Gegenstände hier, t1, f1, t2, f2 und immer die Werte davon. Und ich habe das hier schon so durchaus suggestiv angeordnet. Es wird sich noch genau erklären, wie das zustande kommt. Das wollen wir uns jetzt erarbeiten. Und ich erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie das hier für dieses Beispiel entsteht. Und dieser Zielwert zustande kommt. Und wir werden dann hoffentlich ganz gut erkennen können, dass das eine funktionierende Reduktion ist. Okay, also beginnen wir erst mal mit dem, was hier gegeben ist. Ja, ich hatte schon gesagt, wir nehmen an. Wir haben die Formel in CNF, in konjunktiver Normalform, vorliegen. Das ist für Erfüllbarkeit keine Einschränkung. Sie wissen, Erfüllbarkeit zu prüfen, ist auf Formeln in konjunktiver Normalform genauso schwer wie auf Formeln allgemein. Das liegt daran, dass man jede propositionallogische Formel in polynomialem Aufwand in konjunktiver Normalform umformen kann. Da sagen Sie jetzt vielleicht auch, ja klar, wir machen einfach so ein paar Übersetzungen, Distributivgesetze und so. So, ja, tauschen und und oder und am Ende haben wir eine konjunktive Normalform, Disjunktion innen, Konjunktion außen. Solche Umformungen haben wir ja gelernt. Aber ganz so einfach ist es nicht. Man muss sehr aufpassen. Wenn man einfach versucht, durch Umformungen so eine Formel zu erzeugen, dann kann es leicht passieren, dass sie exponentiell groß wird. Einfach im Wesentlichen dadurch, dass das Distributivgesetz bestimmte Teile der Formel verdoppeln kann. Und wenn man das immer wieder anwendet, dann entsteht eine sehr große Formel. Darüber hatte ich auch schon mal gesprochen in der Vergangenheit. Man muss also, wenn man wirklich diese kleine CNF erzeugen will, ein paar Tricks anwenden. Der wesentliche Trick ist, dass man neue Propositionen einführt und mithilfe dieser neuen Propositionen also komplizierte Unterformeln repräsentiert. Also anstatt eine komplizierte, geschachtelte Formel zu übersetzen, die sehr tief geschachtelt ist, machen wir die flach, kloppen wir die sozusagen flach, indem wir komplizierte Unterformeln mit neuen Propositionen ersetzen und dann eine Formel konjunktiv hinzufügen, die sagt, neue Proposition ist logisch äquivalent zu dieser Unterformel. Und diese Auseinanderziehung führt dazu, dass die konjunktive Normalform, wenn wir sie dann bilden, nur noch kleine, nicht so tief geschachtelte Formeln betrachten muss und dann wird sie auch nicht exponentiert. Also das Wesentliche ist, man braucht Hilfssymbole, um diese polynomielle Umformung zu machen. Und deshalb funktioniert es auch nur mit SAT. Erfüllbarkeit wird durch Einführung von Hilfssymbolen nicht beschädigt, denn wenn die Formel vorher erfüllbar ist, dann finden wir auch danach noch eine erfüllbare Belegung, bei der wir lediglich die Hilfssymbole auch noch so belegen müssen, wie es mal gedacht war. Also wenn ein Hilfssymbol für eine größere Teilformel steht, dann bedeutet das letztlich, der Wahrheitswert der Teilformel muss immer genau gleich sein dem Wahrheitswert dieses Hilfssymbols und dann würde die Bedingung erfüllt sein. Das heißt, Erfüllbarkeit wird erhalten durch solche Umformungen. Andere Dinge werden nicht erhalten, zum Beispiel Tautologie wird nicht erhalten. Also eine Formel, die vorher eine Tautologie ist, wenn ich die so in eine Klauselform bringe und dabei Hilfssymbole einführe, dann ist es danach vielleicht keine Tautologie mehr. Weil auch wenn vorher jede Belegung die Formel wahrgemacht hat, habe ich dann ja Hilfssymbole eingeführt und ich kann durch unglückliche Belegung der Hilfssymbole vielleicht die Formel verletzen in ihrer Füllung. Also CNF oder SAT für Klauselformen, für konjunktive Normalformen ist immer noch schwer, wohingegen Tautologie, was auch ein schweres Problem ist in der Propositionallogik, ein QNP schweres, wenn man mal genau ist, nicht sich auf Klauselformen, auf konjunktive Normalformen reduzieren lässt. Tautologie zu überprüfen auf konjunktiven Normalformen ist einfach. Das hatte ich auch schon mal erklärt. Das kann man ganz leicht schaffen, indem man sich jede Art für sich genommen anschaut und prüft, ob die schon eine Tautologie ist. Und nur wenn das für alle gilt, ist es tatsächlich der Fall. Okay, also das kleine Exkurs in diese Umformungswelt. Diese Dinge habe ich im Wesentlichen hier einfach stillschweigend angenommen. Also wir gehen davon aus, wir eigentlich genau genommen reduziere ich hier nicht von SAT, sondern ich reduziere von SAT auf konjunktiven Normalformen. Und wegen des Arguments, was ich Ihnen gerade gesagt habe, ist das auch noch ein schweres Problem. Das könnte man jetzt auch als Reduktion darstellen und so weiter und so weiter. Okay, hier waren wir, genau. Also wir hatten diese Formel in CNF. Und hier steht noch was zusätzliches. Hier steht auch ohne Beschränkung der Allgemeinheit mit höchstens neun Literalen pro Klausel. Das ist also noch eine Einschränkung. Ich reduziere nicht einfach von SAT auf CNFs, sondern ich reduziere von SAT auf CNFs, die höchstens neun Literale pro Klausel haben. Und auch hier kann man leicht sehen, dass das keine wirkliche Einschränkung ist. Wenn Sie mal eine Klausel hätten, die noch größer wäre. Also die Klausel, das ist das, was hier mit C1 bis CK dargestellt ist, die Disjunktion. Wenn Sie also so eine Klausel hätten, die noch mehr als neun verschiedene Disjunkte hat, Literale, dann könnten Sie die stets in mehrere Klauseln zerlegen, indem Sie wieder Hilfssymbole einführen. Und diese neun Klauseln hätten weniger als die vorherige Gesamtanzahl an Literalen. Das geht ziemlich weit. Man kann sogar bis auf drei Literale pro Klausel reduzieren. Das Problem, was sich dann ergibt, nennt man manchmal drei SAT in der Informatik. Das brauchen wir hier gar nicht. Neun reichen uns. Und um ehrlich zu sein, das, was ich Ihnen zeige, könnte man auch mit mehr als neun Literalen noch hinbekommen. Normlos, dann wird die Umformung ein bisschen technischer und man hat mehr Sonderfälle und es wird weniger klar, was ich mache. Also ich nehme die neun Literale an, weil es uns das Leben vereinfacht. Und wir wissen, das ist ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Aber selbst wenn wir ohne die Einschränkung arbeiten wollten, würden wir das mit einer ein bisschen modifizierten, das wird meiner Umformung auch hinbekommen. Okay, gut, ich bin immer noch am Anfang. Also, wir haben diese Art von Formeln gegeben. Und ich behaupte, es ist immer noch NP schwer, die Erfüllbarkeit dieser speziellen Teilgruppe von Formeln oder Teilklasse von Formeln zu entscheiden. Auch wenn es nicht alle propositionalen Formeln mehr beinhaltet. Okay, das ist uns gegeben. Und wir wollen jetzt für so eine gegebene Formel, deren Erfüllbarkeit wir entscheiden wollen, eine Instanz des Teilmengensumme-Problems finden, deren Lösbarkeit, also die Existenz einer Menge von Dingen, die Sie im Shop erwerben können, äquivalent ist dazu, dass die ursprüngliche Formel erfüllbar war. Das ist unser Ziel. Okay, und ich zeige Ihnen jetzt, wie man das der Reihe nach macht. Zunächst einmal nehme ich dazu an, dass die Variablen genau wie im Beispiel wieder mit PI bezeichnet sind. Also, ich gehe mal davon aus, ich habe hier P1 bis PN, das sind die Variablen, die sind so nummeriert. Das sind alle Variablen, die irgendwo in F vorkommen. Und jetzt definiere ich mir für jede dieser Variablen zwei Gegenstände. Den Gegenstand TI und den Gegenstand FI, die beide zu der Variable PI gehören. Das I ist also eine Zahl von 1 bis N. Okay, wie definiere ich mir diese Gegenstände? Naja, die Gegenstände selbst, da gibt es nicht viel zu definieren, die heißen so, wie sie heißen. Ich muss aber Ihnen einen Wert zuweisen und dieser Wert heißt V von TI bzw. V von FI, dazu komme ich gleich noch. Machen wir erstmal für TI diese Situation klar. Da haben wir also einen Wert, der so aussieht. Wie ist diese Notation zu verstehen? Der Wert ist natürlich eine Zahl, eine natürliche Zahl. Und was ich hier aufschreibe ist, soll abkürzen eine Folge von einzelnen Stellen dieser Zahl, also von Dezimalstellen. Ich habe also hier A1 bis AN, das sind also die ersten N-Stellen der Zahl und dann folgen noch C1 bis CK, das sind die nächsten K-Stellen dieser Zahl. Wir lesen die Zahl ganz normal von links nach rechts, wie wir das bei natürlichen Zahlen auch in Dezimaldarstellung tun würden. Also die mit der höchsten Bedeutung ist die vorderste A1. K übrigens war natürlich die Anzahl der Klauseln, N war die Anzahl der Variablen. Also Sie sehen, wir haben für jede Variable hier ein A und für jede Klausel hier ein C. Und jedes davon bekommt seine eigene Stelle in dieser langen Zahl. Okay, und jetzt sind diese AJ und CJ, also alle A's in diesem Bereich und alle C's in jenem Bereich, sind definiert, wie hier erklärt. Die AJ sind 1 oder 0. 1 sind sie dann, wenn das A genau das ist, was zu dieser Variable PI passt. Also wir definieren ja hier für ein bestimmtes I den Wert und dieses I kommt irgendwo hier in dieser Liste von A's vor. Und das ist das A, was auf 1 gesetzt wird. Alle anderen werden auf 0 gesetzt. Insbesondere kann es ja auch führende Nullen geben, die haben da natürlich eigentlich keinen Beitrag zu der Zahl. Aber der Einfachheit halber schreibe ich das so auf. Also nur eine einzige von diesen A-Stellen ist 1, alle anderen sind 0 und die, die 1 ist, ist genau die, die markiert, welche Variable wir hier haben. Und dann haben wir noch die C-Stellen. C, wie gesagt, für jede Klausel ist hier eine Stelle dabei. Die können auch nur 1 oder 0 sein. 1 sind sie dann, wenn die Variable, über die wir gerade sprechen, positiv in dieser Form, also ohne Negation, in der Klausel der entsprechenden Stelle vorkommt, in der Klausel C-J. Für jede Klausel habe ich hier eine Stelle und ich setze genau die Stellen auf 1, in denen PI, die Variable, über die ich gerade hier spreche, positiv auftaucht. Gut, das ist also der Wert für T-I's und der Wert für F-I's ist genau das Gleiche, fast genau das Gleiche, müsste ich sagen. Ja, ich habe wieder den gleichen Aufbau der Zahl, ich habe auch wieder die gleichen führenden Stellen A, J. Auch hier setze ich genau eines der A's auf 1 und zwar das, was mit der Stelle, mit der Position der Variable hier übereinstimmt. Die Reihenfolge der Variablen ist übrigens egal. Ja, ich nehme hier an, dass sie irgendwie eine Ordnung haben. Das ist egal, das muss ich nur gleich behandeln für alles, was ich hier konstruiere. Ja, okay, also dieser Anfang ist bei den F-I-Gegenständen der gleiche, aber für die hinteren, die C-Stellen, habe ich jetzt die 1 dann, wenn die negierte Form von PI in der Klausel C-J, also an der entsprechenden Stelle vorkommt. Ja, also nochmal, die A's markieren die Variable, über die ich spreche, die C's markieren die Klauseln, die erfüllt werden, wenn die Variable wahr ist, beziehungsweise wenn die Variable falsch ist. Ja, denn Klauseln sind ja Disjunktionen und wenn also in der Disjunktion die Variable positiv vorkommt und ich sie auf wahr setzen würde, dann ist die ganze Klausel erfüllt. Ja, dann ist es eine Disjunktion, in der ein wahr vorkommt und dann noch ein bisschen was anderes. Damit ist die Klausel erfüllt und wir wollen natürlich, dass alle Klauseln erfüllt sind. Das wird der Erfüllbarkeit dieser Formel zeigen. Okay, das war eigentlich schon der komplizierteste Teil der Definition und eigentlich ist er gar nicht sehr kompliziert. Er ist nur technisch zu definieren. Ja, also diese Definition hier mit diesen geschweiften Klammern, das ist schon ein Versuch, das möglichst übersichtlich darzustellen, aber wir haben ja eine Menge I's und J's und N's und K's und man kann ein bisschen verwirrt sein, wenn man das sieht. Es ist aber eigentlich ganz einfach, was wir machen und in dem Schema, in dem Beispiel, was ich Ihnen hier gezeigt habe, schon ist es auch sehr leicht zu sehen, wie das dann aussieht. Also hier habe ich immer den T und F-Gegenstand für eine Variable direkt untereinander geschrieben und wir sehen hier für P1 ist also die erste Stelle, das sind die P-Stellen, sind hier vorne, das ist das, was ich mit A bezeichnet habe in der Konstruktion. Da markiere ich mir also bei P1 hier vorne die 1 und dann muss ich schauen, ich habe hier drei Klauseln, deshalb habe ich hier drei blaue Stellen und in der ersten Klausel kommt P1 tatsächlich positiv vor, das heißt hier setze ich die 1. In der zweiten Klausel kommt es nur negativ vor, da wird die 0 belassen, da gibt es kein positives Vorkommen und in der dritten Klausel gibt es überhaupt kein Vorkommen, also auch kein positives, das bleibt auch nur. Also das heißt nur das wird auf 1 gesetzt. Wenn ich dagegen den F1-Gegenstand betrachte, habe ich die gleichen führenden Stellen, aber jetzt setze ich C2 auf 1, weil dort kommt das negierte Literal nicht P1 vor, während in der ersten Klausel sowas nicht vorkommt, in der letzten Klausel auch nicht. Also da habe ich dieses Muster. Und so fahre ich fort für alle Variablen. Die führenden Nullen lasse ich einfach weg, weil die natürlich nichts am Wert der Zahl ändern und das Ganze nur etwas verwirrender aussehen ließen. Also das heißt, ich habe hier entsprechend kleinere Zahlen und das Muster hier ergibt sich jeweils aus dieser Berechnung, so wie ich es erklärt habe. Was Sie sehen bereits hier an dieser Stelle ist, die Dinge sind ziemlich teuer. Also Sie müssen eine Menge Geld übrig haben auf Ihrer Urlaubsreise, wenn Sie am letzten Tag noch ein Satz Problem durch Einkaufen lösen wollen. Das wird nochmal zu diskutieren sein, wie genau das zusammenhängt und ob das immer so ist. Okay, gut. Das also dieser Teil. Jetzt fehlt uns noch der untere Teil. Über den habe ich noch nicht gesprochen. Das kann ich Ihnen als nächstes noch erklären. Das ist relativ leicht. Wir definieren für jede Klausel CI, also für jede dieser drei Klauseln in unserem Beispiel, definieren wir noch einmal einige Gegenstände. Wie viele? Das sind bestimmt sich durch die Größe der Klausel. Es ist nämlich genau R viele für die Klausel CI und dieses R ist die Größe von CI minus 1. Mit der Größe meine ich natürlich die Anzahl der Literale in dieser Klausel, also die Menge der Disjunkte, also wenn ich sie als Menge betrachte. Und ich definiere also nochmal einen Gegenstand weniger, als es hier Disjunkte gibt. Das sind die Gegenstände MI1 bis MIR. Also für jedes CI nochmal so eine Liste, deren Anzahl bestimmt ist durch die Größe der Klausel CI. Wie definiere ich die? Die sind alle gleich definiert. Die haben alle nur die Klauselstellen, die hinteren. Und ich brauche eigentlich auch nur die Stellen von CI an, weil das andere wäre ein führende 0. Und ich sage jetzt, wenn für eine solche Stelle, für die vorderste dieser Stellen, setze ich die Stelle auf 1 und für alle anderen auf 0. Das heißt, der Wert dieser Gegenstände wird so sein, dass wir nur eine 1 wieder haben. Und zwar ist das die erste, die führende 1, die ist an der Stelle, wo die entsprechende Klausel in der Liste der Klauseln vorkommt. Da können wir uns hier nochmal ein Beispiel anschauen, hier unten. Für die erste Klausel, die hat drei Disjunkte, also muss ich zwei zusätzliche Gegenstände definieren. M1,1 und M1,2. Und die haben den gleichen Wert 1,0,0. Und die 1 kommt hier hin, weil das die Position von C1 ist und die 0 sind an den eislichen Positionen. Bei 2 brauche ich bloß einen Hilfsgegenstand, das ist, weil es nur zwei Literale hier gibt. Und bei der dritten Klausel brauche ich drei Hilfsgegenstände, weil es hier vier Literale gibt. Okay, das ist schon alles. Okay, das sind also die weiteren Gegenstände, die m's. Und damit habe ich alle Gegenstände, die ich brauche für meine Reduktion. Und jetzt fehlt uns noch der Zielwert. Zunächst einmal die Gesamtmenge hier nochmal aufgeschrieben. Die Menge, die ich betrachten will, ist die Menge aller Tis, Fis und Mijs, die ich jetzt definiert habe. Sie sehen hier wieder eine Menge Indizes und Größenangaben und so und Subskripte. Sieht alles ziemlich kompliziert aus, ist aber eigentlich doch relativ leicht gewesen, wenn man es sich im Beispiel anschaut. Okay, das ist also die Menge der Gegenstände. Jetzt fehlt uns noch die gesuchte Zahl. Und bei der gesuchten Zahl, dann wenden wir auch wieder so eine Darstellung an hier. Die z als eine Darstellung aus einzelnen Stellen in der Dezimaldarstellung. Und diesmal, zum ersten Mal, kommen auch mal Zahlen außer 0 und 1 vor. Die führenden Stellen, die für die Variablen stehen, für p1 bis pn, die setzen wir diesmal alle auf 1 in der gesuchten Zahl. Die müssen alle 1 sein in der Summe. Und die Klauselstellen, die setzen wir auf die Zahl, die die Größe der Klausel wiedergibt. Also Anzahl der Literale in der Klausel. Und jetzt sehen Sie, warum ich mich auf höchstens 9 Literale beschränke. Wenn das jetzt mehr als 9 wären, dann würde das hier überlaufen. Das wäre auch kein Problem. Ich könnte ja auch für eins dieser CIs hier zwei Dezimalstellen reservieren, um das zu beherrschen oder 3 oder wie viel da auch immer. Aber dann wäre die Darstellung noch schwerer zu lesen. Deshalb ist gut, dass wir hier nur 9 haben. Da können wir das zuschreiben. Okay, das ist jetzt das Z. Und die Behauptung, die ich jetzt aufstelle, ist, dass es hier eine Teilmenge T dieser Gesamtmenge an Gegenständen S gibt, mit der Summe der Werte, die sich genau zu Z ergibt, genau dann, wenn diese ursprüngliche Formel erfüllbar war. Also, wenn dieser Z-Wert erreicht werden kann, dann haben wir gezeigt, dass die Formel erfüllbar war. Okay, hier nochmal die Gesamtdarstellung und auch gleich die Intuition, wieso das funktioniert. Also Sie haben es vielleicht ja schon gesehen, anhand der Dinge, die wir jetzt der Reihe nach besprochen haben. Und das Beispiel haben Sie auch schon ein paar Mal gesehen. Wir haben hier oben nicht zufällig die Gegenstände T und F für True und False. die also jeweils kodieren, dass eine Variable auf wahr oder auf falsch gesetzt worden ist. Nur eins davon ist erlaubt. Warum? Weil wir als Zielwert hier unten eine 1 haben. Und die Zahl ist so konstruiert, dass es hier keine Überträge oder irgendetwas geben kann in der Berechnung. Also, dass die Dinge sich nicht im Weg stehen. Und ich kann hier nur eine 1 nur dadurch erzeugen, dass ich genau einen dieser beiden Gegenstände wähle. Keinen zu wählen würde nicht funktionieren. So, ich schaffe eben keinen Übertrag und beide zu wählen, da hätte ich unten eine 2 stehen. Das geht auch nicht. Also, ich muss einen dieser Werte wählen. Ich muss ebenfalls einen dieser Werte wählen. Einen dieser Werte, dieser Werte, dieser Werte. Mit anderen Worten. Ich muss für jede Variable entscheiden, ob sie T oder F hat. Also, ob sie wahr oder falsch ist. Okay, das muss ich also machen. Das ist auf jeden Fall nötig, um zum richtigen Z zu kommen. Muss ich also schon mal mich für jede Variable entscheiden, welchen Wahrheitswert sie hat. Und dann habe ich noch das Problem hier hinten. Und was passiert hier hinten? Hier hinten ist es so, dass ich über diese verschiedenen Variablen aufsummiere. Und jedes Mal, wenn eine Variablenbelegung, die ich gewählt habe, also zum Beispiel, dass ich gewählt habe, könnte ich gewählt haben, dass P1 auf wahr gesetzt wird. Immer wenn also so eine Variablenbelegung dazu führt, dass eine Klausel wahr werden würde, kommt hier eins dazu. Es kann aber jetzt natürlich passieren, dass die Klausel, also wir wollen letztlich natürlich sicherstellen, dass jede Klausel wahr wird. Das heißt, also wir wollen, dass hier hinten in jeder Spalte ein Wert herauskommt, der mindestens eins ist, der nicht null ist. Es soll nicht so sein, dass die Klausel durch alle Variablen falsch gemacht wird. Oder nicht wahr gemacht wird durch die Variablen, sondern sie muss mindestens einmal wahr gemacht werden. Das heißt, im Prinzip wird es uns reichen, wenn hier unten eine Eins steht. Aber was jetzt natürlich passieren kann, ist, dass Sie durch eine bestimmte Variablenzuweisung eine Klausel auf mehr als eine Weise wahr machen. Wenn Sie zum Beispiel P1 auf wahr setzen und P2 auch auf wahr setzen, dann haben Sie hier die Eins und hier die Eins auch. Das heißt, Sie haben zwei, auf zwei verschiedenen Wegen gezeigt, dass diese Klausel wahr wird. Ja, ist ja auch so. P1 war, führt dazu, dass alles wahr wird. P2 war, führt dazu, dass alles wahr wird. Das heißt, Sie haben jetzt schon in der Summe die Zwei. Das heißt, wir können hier unten nicht einfach eine Eins schreiben im Zielwert, denn es könnte sein, wir kommen über die Eins, wir schießen über dieses Ziel hinaus. Und wir können das vielleicht nicht vermeiden. Vielleicht muss P1 und P2, vielleicht müssen die beide wahr sein an anderer Stelle. Das ist vielleicht unumgänglich. Und dann haben wir sozusagen diese Klausel doppelt wahr gemacht. Es kann sogar passieren, in dem Fall, dass sie dreimal wahr wird, denn sie hat ja die Größe 3. Und es könnte sein, jedes der drei Literale wird wahr. Dann hätten wir 3. So, und was wir jetzt machen ist, wir nehmen diesen Maximalwert 3 als Zielwert. Der wird erreicht, wenn drei Variablen die Klausel auf unterschiedliche Weisen wahr machen. Aber der wird natürlich nicht immer erreicht, wenn die Formel erfüllbar ist. Es könnte passieren, dass nur eine dieser Variablen wirklich so gesetzt ist, dass die Klausel wahr wird. Und das reicht ja eigentlich auch schon. Für die logische Konsequenz ist das genug. Was soll dann passieren? Und das ist der Grund, warum wir diese Hilfsgegenstände eingeführt haben. Wir haben speziell für die Klausel 1 diese beiden vorderen Gegenstände hier, M1,1 und M1,2, die wir benutzen können, um beliebig noch ein oder zwei Einsen hinzuzunehmen. Aber nicht drei. Also das heißt, wenn wir hier oben mit der Belegung, die wir gewählt haben, die Klausel 1 nur einmal erfüllen, dann können wir einfach noch diese beiden Gegenstände hier kaufen. Und damit kommen wir auf drei. Wenn wir sie zweimal erfüllen, dann würden wir einen dieser beiden Gegenstände kaufen. Und wenn wir sie dreimal erfüllen, müssen wir keinen davon kaufen, haben wir die drei schon so. Aber in jedem Fall können wir die drei erreichen. Das heißt, noch etwas hinzuzufügen ist kein Problem. Und gleichzeitig sind die Gegenstände aber so, dass wir die drei nicht erreichen können, indem wir nur diese Hilfsgegenstände kaufen. Ich habe eben nur zwei davon. Das heißt, mindestens einmal muss die Klausel auch von logischer Sicht her erfüllt sein. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen Erfüllbarkeit sicherstellen. Und dafür muss die Belegung selbst schon die Klausel erfüllen. Okay, und genauso ist es bei den anderen. Hier ist die 2 als Zielwert, weil es zwei Arten gibt, das zu erfüllen. Und hier die 4, weil es vier Arten gibt. Und ich habe jeweils einen Gegenstand weniger, als ich brauchen würde, um diese Zahl zu erreichen, sodass ich immer noch auffüllen kann, was ich nicht ausgegeben habe. Ja, okay. Gut. Das ist also die Grundidee. Und nach dieser Erklärung haben wir eigentlich schon den Beweis im Prinzip im Kasten. Ich werde Ihnen trotzdem noch mal ein bisschen formaler aufschreiben, damit Sie auch sehen, wie man sowas im Detail argumentieren würde. Mehr oder weniger im Detail. Das meiste habe ich ja schon gesagt. Okay. Also Behauptung. Wenn f erfüllbar ist, dann gibt es eine Teilmenge t, die die richtige Summe hat. Das ist also eine Richtung dieser genau dann wenn Behauptung, die für die Reduktion erfordert wird. Das wollen wir zuerst zeigen. Okay. Wir haben also eine, die Vorgabe f ist erfüllbar und wollen zeigen, wir finden eine Teilmenge. Wenn f erfüllbar ist, dann gibt es eine erfüllende Belegung w. Eine Wahrheitswertebelegung. Das ist also eine Funktion, die Proposition auf war oder falsch, auf 0 oder 1 ab. 1 oder 0 soll ich sagen. Das ist also gegeben und ich kann jetzt, wenn ich so eine erfüllende Belegung habe, über das, was wir gesagt haben, was ich gerade erklärt habe, was unsere Idee ist, mir direkt definieren, welche Gegenstände ich dann kaufen müsste oder welchen Gegenständen das entspricht, diese Belegung. Denn es gibt ja diese direkte Korrespondenz. Und zwar ist das zunächst mal die Teilmenge t1. Das ist die, die sich nur mit den t- und f-Gegenständen beschäftigen wird. Die definiere ich so. Ich sage, ich nehme die Menge aller ti, für die die Belegung die Variable pi auf war abbildet. Gemeinsam mit der Menge aller fi, für die die Belegung die Variable pi auf falsch abbildet. Und okay, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, nur mit Formelzeichen. Aber ja, dieses mit Formelzeichen schreiben, das ist zunächst einmal wichtig natürlich in der professionellen Kommunikation. Wenn wir irgendjemandem etwas erklären wollen und wir sind nicht in einem Raum oder haben gerade ein Video, was wir drehen, sondern wir müssen es schriftlich kommunizieren, dann ist diese Genauigkeit, diese Formelzeichen sind der einzige Weg, das wirklich exakt zu tun. Das heißt, es ist schon wichtig, in der Lage zu sein, so etwas aufzuschreiben und auch in der Lage zu sein, so etwas zu lesen. Also ich erkläre Ihnen hier, wie ich das meine und was ich mir vorstelle am Beispiel. So ist es natürlich in der echten Welt nicht immer. Manchmal haben Sie auch eben nur den formalen Teil in der Fachliteratur und müssen sich selbst die Erklärung zusammenbauen. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man in der Lage ist, das Formale zu verstehen und sieht, wie das zusammenhängt. Und umgekehrt ist es eben auch wichtig, dass man in der Lage ist, das Formale zu erzeugen, wenn man selbst eine Idee hat, eine Erklärung geben könnte, aber sie halt auch präzise zu Papier zu bringen. Und präzise heißt in dem Fall so etwas wie das hier. Auch wenn es auf den ersten Blick etwas schlimmer aussieht oder verwirrender, man muss sich dann halt langsam da durcharbeiten. Aber es ist letztlich die genaue Darstellung, die man hier benötigt, um wirklich zweifelsfrei zu erklären, was man eigentlich will. Okay, und wir merken immer wieder natürlich, es ist nicht einfach für Studierende, wenn man gerade anfängt, sich mit diesen formalen Themen zu beschäftigen. Wie schreibe ich was korrekt auf? Was für Zeichen verwende ich da? Wo kommen die Klammern hin? Also vieles, was wir üben, hängt auch damit zusammen, dass man einfach sich mit solchen Ausdrücken vertraut macht. Und immer wieder in den Klausuren. Selbst ganz kleine Ausdrücke, wo man mal so eine Menge hinschreiben muss mit Nebenbedingungen, aber werden schon zu sehr fantastischen Unterfangenen an. Das wird manchmal sehr überraschend, sage ich mal wohlwollend, was wir da so sehen. Also tun Sie das nicht zu schnell ab, weil Sie sagen, oh, ich habe das jetzt verstanden, das Formale interessiert mich nicht. Sondern versuchen Sie auch, diesen Bezug zu erkennen und nachzuvollziehen. Das ist wichtig. Okay, gut. Das ist also das, was wir definieren. Das ist die T1. Das ist die Menge mit den Wahrheitswerten T. Und dann definiere ich mir noch eine Menge T2, die ich mit den Hilfsgegenständen bestücke, die benötigt werden, um aufzufüllen, was mir noch fehlt. Auch das kann ich formal definieren. Ich sage einfach, Ri ist jetzt die Zahl der erfüllten Literale in Ci, erfüllt bezüglich der Wahrheitswertezuweisung W. Also das ist sozusagen die Zahl der Einsen, die ich schon bekomme aus dem oberen Teil. Das kann ich mir einfach so hinschreiben. Das ist mathematisch eindeutig. Das muss ich nicht irgendwie komplizierter ausdrücken als das. Und jetzt kann ich die Menge T2 definieren und sagen, ich nehme dort die Hilfsgegenstände für jede Klausel von I von 1 bis K. Nehme ich mir die Hilfsgegenstände M, I, J für alle J von 1 bis Länge von Klausel Ci minus diese Zahl Ri von bereits erfüllten Literalen. Das ist also genau der Rest, wie ich Ihnen vorhin indirekt beschrieben habe. Okay. Gut, dann ist die gesuchte Menge von Gegenständen einfach die Vereinigung aus dem oberen und dem unteren T1 mit T2. Und wir sehen sofort, können wir nachrechnen, dass die Summe die ist, die ich behauptet habe, dass sie ist. Das folgt aus der Konstruktion. Das heißt, ich habe diese Richtung gezeigt. Okay. Erste Richtung erledigt. Jetzt fehlt noch die Rückrichtung. Die sieht wie es folgt aus. Wenn sie Gegenstände finden, dann ist F erfüllbar. Und da müssen wir im Prinzip die Umkehrung machen. Wir gehen davon aus, wir haben jetzt also so eine gesuchte Menge T. Die hat die richtige Summe. Und wir wollen jetzt aus T eine erfüllende Wahrheitswertebelegung finden. Die können wir leicht definieren. Wir sagen einfach, die Wahrheitswertebelegung bildet eine Variable PI auf 1, auf wahr ab, wenn der Gegenstand TI gekauft wurde und auf 0, wenn der Gegenstand FI gekauft wird. Das kann man immer so definieren, aber es ist nicht immer in Ordnung. Es gibt nicht immer Sinn, weil natürlich eine Wahrheitswertebelegung muss bestimmte Eigenschaften haben. Sie darf eine Variable nicht auf wahr und falsch gleichzeitig abbilden. Und sie muss für jede Variable eine Entscheidung treffen, was jetzt sein soll. Und das müssen wir sicherstellen, dass das wirklich so ist. Das haben wir durch die Konstruktion hinbekommen, weil wir, das habe ich ja schon argumentiert, nur diesen Zielwert Z erreichen können, wenn wir genau einen Gegenstand TI oder FI gekauft haben. Nicht 0 und nicht 2. Und damit ist das okay. Aber das muss man sicherstellen, sonst würde das keine Wahrheitswertebelegung geben. Okay, so können wir also die Wahrheitswerte definieren. Und dann kann ich argumentieren. Und das mache ich jetzt ein bisschen mit Händewählen und ein bisschen wagen. Dass im Wesentlichen dann man sehen kann, dass jede Klausel erfüllt ist, weil für jede Klausel ein Literal auf wahr abgebildet sein muss, da die entsprechenden Hilfszahlen zusammen nicht genügend hohe Zahlen ergibt. Hilfszahlen, Hilfsgegenstände sollte ich vielleicht hier schreiben. Ein bisschen klarer Hilfszahlen. Im Übrigen kleine Bemerkung. Sie finden manchmal eine etwas andere Formulierung von Teilmengenssummesabsetzern in der Literatur, bei der wir nicht Gegenstände mit Werten haben, sondern einfach nur Zahlen. Eine Menge aus Zahlen und ich will eine Teilmenge dieser Zahlen identifizieren, die eine bestimmte Summe hat. Wie Sie vielleicht sehen oder bemerkt haben, ist unsere Reduktion für diese Version, wo man einfach nur Zahlen hat, nicht ganz anwendbar. Warum nicht? Weil wenn ich eine Menge von Zahlen habe, dann kann natürlich jede Zahl nur ein einziges Mal in der Menge auftauchen. Und bei unseren Gegenständen, so wie wir sie konstruieren, ist es aber so, dass manche Zahlen mehrfach vorkommen. Wir haben mehrere Hilfsgegenstände mit dem gleichen Zahlenwert. Und das ist also erstmal so, wenn ich die Zahlen selbst nur nehmen würde und würde daraus eine Menge bilden, dann würden diese Doppelungen ja verschwinden. Also da habe ich den Gegenstand dann nur einmal und das Problem würde sich etwas ändern. Dann würde ich entweder sagen, ich darf Gegenstände beliebig oft kaufen oder ich muss irgendwie eine Multimenge haben. Man kann aber tatsächlich, wie man vielleicht nicht allzu schwer sieht, auch zeigen, dass es auch immer noch schwer ist, wenn ich nur eine Menge von natürlichen Zahlen betrachte, wo jede Zahl nur genau einmal vorkommt und frage, kann ich jetzt eine Teilmenge finden, die eine bestimmte Summe hat? Im Prinzip, um das hinzukriegen, muss ich nur für unsere Reduktion noch einen Trick mir überlegen, wie ich es schaffen kann, dass die Hilfsgegenstände nicht mehrfach genau die gleiche Zahl benutzen. Da muss also irgendwie was passieren. Die müssten sich irgendwo unterscheiden und das kann man, man könnte das zum Beispiel machen, indem man den Hilfsgegenständen noch ein paar Hilfsstellen spendiert, die sie nutzen, um sich voneinander zu unterscheiden. Und dann muss man noch ein paar zusätzliche Hilfsgegenstände einführen, die diese Unterscheidungszahlen auffüllen können, sodass man jeden davon irgendwie abdeckt. Also mit ein paar mehr Stellen geht es auch mit reinen Zahlen, ohne dass man Werte zuweist. Okay, insofern, dieser Begriff hier Hilfszahlen, es könnte auch tatsächlich sein, dass ich eine Menge einfach von Zahlen und nicht von Gegenständen habe. Aber da müsste ich noch ein bisschen komplizierter das Ganze definieren. Wollte ich hier nicht. Okay, gut. Das also NP-Vollständigkeit von Teilmengensumme. Und nachdem wir uns davon jetzt überzeugt haben, möchte ich endlich zum Rucksackproblem kommen. Ich hatte ja versprochen Rucksackprobleme. In gewisser Weise ist ja das Teilmengensumproblem schon fast ein Rucksackproblem, wie wir sehen. Okay, aber hier ist das eigentliche Rucksackproblem, das berühmte, das Knapsackproblem, das wie folgt definiert ist. Gegeben, eine Menge von Gegenständen, das ist genau wie gerade eben im Teilmengensumme-Problem, aber diesmal ist jedem Gegenständ a, i ein Wert zugeordnet, v von a, i und ein Gewicht, g von a, i. Und es gibt zwei Zielwerte, nämlich ein Mindestwert w und ein Gewichtslimit l. Und die Aufgabe ist es jetzt, eine Teilmenge von Gegenständen zu finden, sodass das Gesamtgewicht der Gegenstände nicht größer ist als l, aber der Wert der Gegenstände mindestens w. Also das ist ein Problem, nicht so sehr einkaufen bei der Rückreise, aber vielleicht ein Problem, was ein Einbrecher hat, wenn er nicht allzu viel tragen kann und schnell einen bestimmten Mindestwert entwenden möchte. Welche Gegenstände packt er in seine Tasche und kann damit einen bestimmten Wert erzielen und trotzdem noch das Ganze tragen? Okay, und Sie sehen schon, das ist nicht so sehr unähnlich, wenn man es vergleicht mit Teilmengensumme, aber es gibt eben jetzt diese beiden Schranken, die unterschiedlich sein können anstatt einen Zielwert. Und es gibt eben zwei verschiedene Dimensionen, zwei verschiedene Attribute, die jedes Element, jeder Gegenstand hier hat. Okay, das ist also das Rucksack-Problem, aber wir sehen, sonst ist es auch so eine Art Optimierungsproblem schon, was wir hier erkennen. Okay, und Sie ahnen, was kommt. Rucksack ist natürlich NP-vollständig und das möchte ich Ihnen auch wieder zeigen und das wird nicht ganz so kompliziert, wie bei der Teilmengensumme in diesem Fall werden. Wir können das nämlich relativ leicht durch Reduktion von Teilmengensumme belegen. Die Feststellung, dass Rucksack selbst in NP liegt, ist einfach und genau das so zu treffen, wie bei Teilmengensumme. Wir müssen einfach bloß die Teilmenge kennen der Gegenstände und dann können wir prüfen, ob Sie das entsprechende Gewicht und den entsprechenden Wert haben. Das ist also in Poinomierer Zeit zu machen. Und für die Schwere müssen wir eine Reduktion finden und hier ist es wirklich schlau, nicht wieder bei SAT anzufangen, sondern eben bei Teilmengensumme, weil das schon so ähnlich ist. Okay. Gut, wie kann diese Reduktion also funktionieren? Das schaffen wir auf einer Folie. Im Prinzip kann man sagen, Teilmengensumme ist ja schon fast so etwas wie eine spezielle Form von Rucksackproblemen. Eine vereinfachte Form von Rucksackproblemen. Und wenn ich die auf das allgemeine Rucksackproblem reduzieren möchte, habe ich es damit nicht allzu schwer. Naja, es gibt noch andere Rucksackprobleme sozusagen, aber Teilmengensumme kann ich als einen Sonderfall vom Rucksackproblem sehen. Wie das? Naja, eine Instanz von Teilmengensumme ist ja einfach eine Menge von Gegenständen S mit ihren entsprechenden Werten V und der gewünschten Zahl Z. Wir werden sehen, ja, V habe ich jetzt auch benutzt beim Rucksackproblem. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich diese Dinge vielleicht ein bisschen auseinanderhalte, wenn ich jetzt auf eine Rucksackprobleminstanz reduziere. Okay, wie finde ich daraus ein Rucksackproblem? Naja, Sie können sich denken, die Gegenstände sind schon das Gleiche wie eben. Ich nenne sie aber etwas anders, eben damit die Unterscheidung klarer wird. Also anstatt a1 bis an n nenne ich sie jetzt 1 bis n. Das soll also die Menge der Gegenstände sein. Und ich definiere jetzt den Wert und das Gewicht der Gegenstände als den ursprünglichen Wert von den Teilmengensummen-Gegenständen. Ja, also Wert, Gleichgewicht. Das ist die entscheidende Definition hier. Alle Zahlen sind dasselbe. Und der Zielwert W und das Gewichtslimit L sind ebenfalls gleich des ursprünglichen Z. Das heißt also, ich setze einfach diese zwei Parameter, die das Rucksackproblem hier bietet, auf die einen Werte, die ich vom Teilmengensummen-Problem kriege. Also das ist das Besondere. Deshalb ist das wie eine Sonderform zu sehen. Offensichtlich ist diese Übersetzung polynomiell. Also da wird nichts gemacht. Die Anzahl der Gegenstände ist die gleiche wie vorher. Und ich habe einfach nur zwei Werte statt einen. Aber das ist kein großes Problem. Okay, und man kann dann sehr leicht sehen, für jede Teilmenge von Gegenständen gilt jetzt die Werte, die Summe der Werte über diesen Gegenständen. Wenn ich mich auf die AIs beziehe, die T's bezeichnen. Sie sehen hier, ich habe I Element T und ich summiere dann über die VAI. Ich benutze das I als Index. Diese Summe ist genau Z, genau dann, wenn die Summe der Vs über I gleich Z und die Summe der Gs über I gleich Z ist. Also wenn beide Summen Z ergeben, also wenn diese Summe Z ergibt, dann ergeben auch diese beiden Summen Z per Konstruktion. Das heißt also, sie sind auch insbesondere größer gleich Z und kleiner gleich Z. Und umgekehrt, wenn diese Summen beide sowohl größer gleich als auch kleiner gleich Z sind, da sie die gleiche Summe sind, sind sie dann gleich Z. Und das ist also das, was hier behauptet. Also wir haben dieses genau dann, wenn, was wir benötigen. Und die Reduktion ist tatsächlich korrekt. Okay. Okay, na gut. Das war ein bisschen Arbeit. Sie haben gesehen, wir mussten ein paar längere Wege gehen. Ich habe aber auch ausführlich erklärt hier natürlich, ich hoffe, Sie konnten gut folgen, wie das funktioniert, wie man also von so einem abstrakten, auch so abstrakt logischen Problem wie Sat zu was Arithmetischem kommen kann. Oder vielleicht, anders gesagt, wie man Arithmetik dazu missbrauchen kann, logische Probleme für uns zu lösen. Und damit haben wir jetzt also gesehen, dass auch solche Probleme NP-vollständig sein können. Okay, also Rucksack ist NP-vollständig. Und im nächsten Video zeige ich Ihnen dann, wie Sie es in polynomialer Zeit lösen können. Sie dürfen gespannt sein. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank.